Sie war bekannt für ihre Unterstützung von Künstlern und ihrer Förderung der Kultur in Dubai und im Nahen Osten. Sie gründete die Al Mara Art Foundation, um junge Künstler zu unterstützen und ihnen eine Plattform zu bieten, um ihre Werke auszustellen und zu verkaufen. Shaika Mara war auch eine leidenschaftliche Reiterin und nahm regelmäßig an Pferderennen teil. Sie war eine Vorreiterin im Bereich der Pferdezucht und gründete das Al Mara Stud, das sich auf die Zucht von arabischen Vollblütern spezialisiert hat. Shaika Mara war eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die sich für die Förderung von Kunst und Kultur sowie für die Erhaltung der arabischen Pferderasse einsetzte. Ihr Vermächtnis lebt weiter durch die Stiftungen und Institutionen, die sie gegründet hat, und durch die Inspiration, die sie vielen Künstlern und Pferdezüchtern gegeben hat. Bis zum nächsten Mal.